Bitte um eine kurze Antwort. Wie lange haben Sie jetzt noch nicht geschlafen? Oh, ich habe heute Nacht nur zwei oder drei Stunden geschlafen, von halb sechs bis halb neun. Aber ich bin guter Ding, es ist alles wunderbar hier in Darmstadt. Oberbürgermeister Jochen Patsch, danke nach Darmstadt. Was ist? Oh, ich bin guter Ding, ich bin guter Ding, ich bin guter Ding.